Das ist das Schlimmste sein, die wir bei den Männern jemals erreicht haben. Das ist klasse, das ist Wahnsinn! Und Rasmus Henning ist jetzt in diesem Moment in den Zielkanal eingebogen. Jetzt ist er mittendrin und ihr seid es auch. Wo seid ihr Rats? Das ist der Moment, wo wir den Slogan We Are Triathlon spüren können. Das ist die Gänsehaut, die jetzt jeder von uns hat. Wo seid ihr Rats? Seid ihr bereit für Rasmus Henning? Und da kommt er, da sind die letzten Minuten für den jungen Supervis-Land aus Dienerland. Das ist der Sieger im Jahr 2010. Das ist euer Applaus-Land für Rasmus Henning! Und die Zeit, sieben Stunden, 52 und 37 Sekunden für die Sieger in diesem Jahr, liebe Freunde! Und das ist euer Applaus-Land! Und das ist euer Applaus-Land! Komm her, komm her, komm her, komm her! Und wir nehmen den Rasmus noch mal mit auf die Finish-Land und das ist euer Applaus für eine Wahnsinn-Zeit! Und da kommt er noch mal, was muss kommen! Und da kommt er noch mal, was muss kommen! Und da kommt er, um sich auch bei euch zu bedanken, beim besten Publikum der Welt, für eine sensationelle Leistung eurer Zeit! Wir stimmen noch mal einen riesen Applaus an für die Gewinnung der Welt 2010! Der Sieger heißt Rasmus Henning! Schaut mal, wie locker der noch aussieht, liebe Freunde! Wie er schreit und lächelt, dass wenn er gerade frisch zum Einkaufen kommen würde! Dieser Mann ist der Gewinner der Challenge 2010 in Rot! Ein sympathischer und großartiger Athlet! Und ich bin mir sehr sicher, liebe Trialon-Fans, wir haben eine Triathlon-Laola Challenge Rot 2010 für den Rasmus im Gepäck! Wie sie der Trialon-Park noch nicht gesehen hat, die Kuiper-Recaro-Tribüne hier bei mir fängt an!